Ein Thema jetzt bei uns natürlich der Herbstnebel. In dem versinken ja gerade einige Bundesländer. Und auch auf den Straßen sorgt er für gefährliche Blindflüge. Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Willkommen bei Hallo Deutschland. Was für ein Wetter. Die einen genießen einen absolut traumhaft schönen goldenen Herbst mit viel Sonne. Für die anderen gibt es nur graue Suppe. Der dicke Nebel ist oft ganz schön zäh. Das ist vor allem für Autofahrer sehr gefährlich bei Sichtweiten unter 50 Meter. Die Folge, es kam zu zahlreichen schweren Unfällen. Gestern haben wir bei Hallo Deutschland noch gefragt, wo ist Aline Körner? Fast vier Wochen lang wird die 30-Jährige aus München vermisst. Heute haben wir traurige Gewissheit. Die Leiche der jungen Frau wurde in einem Keller im Münchner Stadtteil Lochhausen gefunden. Wie sie starb, ist noch völlig unklar. Ihr Lebensgefährte wird verdächtigt, sie umgebracht zu haben. Er sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Liebe Zuschauer, bei diesem Anblick hier ist es wirklich ein Wunder, dass die Fahrerin dieses PKW mit nur leichten Handverletzungen davon gekommen ist. Die Frau war heute Vormittag in Bochum unterwegs. Als sie einen Bahnübergang überqueren will, bemerkt sie nicht, wie sich die Bahnschranke vor ihr schließt. Die Schranke bohrt sich durch die Windschutzscheibe und verfehlt die Fahrerin nur um Haaresbreite. Diese Brücke hier, liebe Zuschauer, die ist brandneu. Sie hat zwei Millionen Euro gekostet und sie ist absolut unbrauchbar. Eigentlich war geplant, dass die Bewohner in Oberbiel bei Solms über die Brücke auf die Bundesstraße auffahren können. Aber die Brücke endet in einem Acker. Die Anwohner müssen wohl oder übel Kilometer weiter um Wege fahren und sind deshalb stinksauer. Unglaublich. Als Rainer Moll aus Bonn morgens zum Einkaufen fahren will, da trifft ihn der Schlag. Denn sein Auto ist auf einmal spurlos verschwunden. Und damit nicht genug. Kurze Zeit später bekommt er ziemlich ungewöhnliche Post. Und sogar ein Bild des Autodiebes. Herbstzeit ist auch Einbruchszeit. Am häufigsten wird im Herbst und im Winter eingebrochen. Gut, gestohlene Dinge kann man ersetzen. Aber der seelische Schaden nach einem Einbruch ist nicht zu unterschätzen. Viele Opfer leben danach in ständiger Angst. Der Gedanke, dass Fremde in die eigenen vier Wände eingebrochen sind, ist unerträglich. Aber wie schützt man sein Eigentum am besten? In dem Örtchen Wendorf bei Hamburg greifen die Bürger jetzt zur Selbsthilfe. Die Polizei sieht solche Bürgerpatrouillen übrigens eher kritisch. Es bestehe die Gefahr, dass sich Menschen selbst in Gefahr begeben, ohne entsprechend ausgebildet zu sein. Echtes Glück kann man nicht kaufen. Oder doch? Für ein paar tausend Dollar kann man die Geburt eines Kindes in Auftrag geben. Alles, was man dafür braucht, sind ein paar Samen und Eizellen. Und eine Frau, die das Kind austrägt und zur Welt bringt. Denn für viele Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, ist es die letzte Chance, sich den Traum einer Familie zu erfüllen. Auch Anna und Oliver sind diesen Schritt gegangen. Ja, in den USA ist vieles möglich, was bei uns in Deutschland unmöglich scheint. Das dachten sich auch Stefanie und Alessandro aus Frankfurt am Main. Als sie in den Vereinigten Staaten Urlaub gemacht haben, stellten sie fest, dass das Eis dort nicht wirklich gut schmeckt. Sie träumten von einer eigenen Eisdiele mit Eis aus eigener Herstellung, und zwar in Los Angeles. Und sie haben viele Risiken aufgenommen, um sich diesen Traum zu erfüllen. Schön. Ja, für heute war es das von uns. Wir sind morgen ab 17.10 Uhr wieder für Sie da. Hier im ZDF geht es jetzt weiter mit meiner Kollegin Karin Webb. Bei Leute heute hat sie leider schlechte Nachrichten von Karin Gott. Tschüss, bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.